Moin Munde Süchtigen und Trauers, dieser Tiny Chris. Willkommen zu Close to the Sun. Das ist ein Horror-Survival-Game, das gerade erst beim Epic Game Store rauskam. Kostet 30 Euro, wurde mit der Android Engine 4 entwickelt und es erinnert wirklich sehr stark an Rapture aus Bioshock. Es spielt auch am Wasser, auf einem Forschungsschiff, das weiß ich schon drüber. Mehr nicht, nur dass es richtig atmosphärisches Horror-Game sein soll. Und das möchte ich jetzt mal gemeinsam herausfinden. Das spiele ich jetzt komplett blind. Und ich habe die Sprache auf Englisch gestellt, mit deutschen Texten und versteht es echt jeder. Dann können wir in eine eventuelle schlechte Synchrome gehen. Wir springen direkt rein. Neues Spiel und ja, ich bin mir sicher. Prolog, die brillante Aida. My dear sister, I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. I want to explain everything now, so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister. But this was meant to be. It's now my turn to protect you. If only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios, with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Aida. Pretty light on details there, Aida. You leave without warning, and now leave me aboard the Helios? What aren't you telling me? I don't know. Okay. Verlassen Sie Ihr Zimmer, ist das Objective. Die haben wir eine kleine Kabine auf einem Schiff. Rose Archer sind wir. Okay. Die Helios. Das ist auch ein cooles Waschbecken. Das erste, dass ich bewundere in dem Game. Auf jeden Fall sind wir jetzt erst mal auf dem Weg zu Helios. Build the Future. Das hält man natürlich ein. Boah, es macht schon echt was hier. Ja, die war schon besaggelig. Betreten Sie die Beobachtungskabine und beginnen Sie mit dem Andocken. Ja, sofort. Was haben wir hier noch? Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgabe. Wardenclyffe verweist Vorwurf zurück, behauptet Maxwell sei freiwillig beigetreten. Die internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsendem Druck gegen zu steuern. Zeitung, was ist auch Gott? Le Petit Parisien. Ich kann kein Französisch aussprechen. Und hier haben wir nochmal die Helios. Das achte Weltwunder. Und von was ich gelesen habe, auf der Startpage vom Epic Game Store, ist die Helios 1 eine Forschungsstation, auf der sich Wissenschaftler ohne Regulierung zurückziehen können, damit sie einfach ungestört ihre Arbeit machen können. Service, das ist leider verschlossen. Wow. Da hinten ist die Helios. Wow, riesengroß. Das achte Weltwunder. Das große Helios Theater. Der beste Entertainment zu stimuliert, der beste Mind. Wow. 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 Oh ja, da wird man sich wieder so richtig schön reinversetzen können in das Game. Atmosphärisch. Boah, das Wasser ist auch echt krass. Ich habe zwar noch nie was gehört von den Entwicklern, aber die scheinen schon einen guten Job zu machen. Die kennen sich auf jeden Fall mit der anderen Engine aus. Press-Button-Dokument-Stocking-Procedure. Dasselbe �� треть gamine Betrei zum bella baj Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja gut, wie machen wir es denn? Gehen wir erst links? Ich würd sagen, ja, alter ist das düste Ich sehe gar nichts Das wird wahrscheinlich alles verschlossen sein, wahrscheinlich vorerst S-Gam-G-Private-Office Gam-G Wie, Sam weiß Gam-G von Herr der Ringe oder der hat mir das anders geschrieben? Alter Okay Diese Display-Area auf jeden Fall Da haben wir einiges zu erkunden, aber das gefällt mir Er lebt also noch Danke für die heiße Willkommen Jetzt, was hast du mit meiner Freundin getan? Bei mir Profile Vapor Incoming Threat Known Aliasis Achso Achso, Präzonyme Mathias Alice Simon Alder Ernest Hamson Also schon wieder ein Spion Potentieller Ich probier's mal Okay One more to go Ja gut Ja gut, aber ich möchte mich trotzdem umgucken, auch wenn das jetzt hier funktioniert hat Machen wir's mal hier so nacheinander Abteilung für interne Kommunikation Die Befragung des Forschers Mir ist bewusst Wie unrecht Herren Tee, die sehr weniger durchdachte Maßnahmen sind Aber manchmal ist es auf die altmodische Art am besten Auskunftsbeamter Der Strootman Na gut, Herr und Tesla wahrscheinlich, ne? Das hättet ihr schon ausschreiben können Edison vs. Tesla Das ist schon richtig Interesting Edison denies espionage allegations Spionagevorwürfe Aha, Anschuldigungen sind haltlos, sagt Edison Vorbereitungen für Gegenklage in Vorbereitung Wardenclyffe lehnt Stellungnahme ab Tesla abwesend, während Vorverhandlungen wegen Vorwürfen der Edison-Spionage eingeleitet wurden Ja gut, dass Edison hier bei den Wissenschaftlern auch spionieren möchte Das ist nicht unbedingt Ja, verwunderlich Französische Klimatologin Ah, das wird so ein peinlicher Scheiß John Willebrand im Shuttle der Helios gesichtet Weitere hochkarätige Wissenschaftlerin Dann schließt sich wachsende Helios-Crew an Sabotageversuch gescheitert Helios-Shuttle verhindert Kollisionen Mhm Naja, da waren wir schon mal Ja gut, haben wir das hier Dann können wir die Treppe hochgehen Auch wenn ich den Schalter schon gedrückt habe Was würden wir hier denn tun? Das ist bloß ein Shortcut Schaut nach Zusatzräumen aus 112 Verhör Natürlich eigentlich schon unser Schatten Und wir haben Einen Zopf Cool 113 Interrogation Ok Checkport Infosec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die die Daten und Olze bestätigt Ihr Bauchgefühl hat recht Er ist ein Spion von Edison Es ist wichtig, dass wir Informationen von ihm bekommen Ob er will oder nicht Dies ist definitiv eine Code West West Angelegenheit Tun Sie, was Sie tun müssen Security Officer D. Rossi Ok Zeitung der Examiner Nikola Tesla rekrutiert britischen Geheimdienstler zur Überwachung der Informationssicherheit an Bord der Helios Ein weiterer hochkarätiger Wissenschaftler schließt sich der ständig wachsende Helios Crew an Sabotageversuch Gescheitert Helios Shuttle entgeht Kollision Die versuchen hier mit allen Mitteln das hier zu zerstören Noch ein Passport Ähm Silvia Bishop Gut Ich bin nicht wundern, wenn das die Entwickler sind Äh Ja, Interrogation, ne? Ganz einfach nicht mehr Hier ist eine Maske Warum ne Maske? Warum ne Maske? Aha Jetzt können wir sowas bewegen hier Ok, es ist ne Code West West Angelegenheit Das wäre jetzt cool, wie das stimmen würde Ha, ha, ha Ich hab aufgepasst, weil das so behindert geschrieben war Das wird ja, glaub ich, nicht so einfach erfahren Don't be fools Stereoize your tools Ja, und was passiert jetzt, dass wir das hier gesehen haben? Das war ja bestimmt optional, oder? What you see here, what you do here When you leave here, let it stay here Oh, die bedrohen einen Aber gut, wenn sie einen nicht gehen lassen würden, müssten sie diese Hinweise nicht anbringen Ok Ok Wisst ihr, schlimmer ist nicht, dass das jetzt hier passiert ist, wenn ich gerade reden wollte Und dann kriege ich auf den Sack Boah Das ist ein scheiß Schock Robhost, ah ja Robhost hat eigentlich keine Sorge, ihre Forschungsergebnisse enthalten den Schlüssel zu allem Kryptik Wer ist das für diese Message? Vielleicht Tesla Ich würd sagen, ich find's so geil, dass wir hier so viele erkunden dürfen Auch wenn das hier gar nicht auf dem Main-Parf ist Schon mal sympathisch, das Game Oh, wir dürfen hier nicht weiter Ach, hinter uns, ok Ach, hinter uns, ok Noch ein Passport David Bishop Ha Wadencliff Employee, das sieht aus wie ein Kind Deslas Death Rate To Make War Impossible Lose Zeitungsseiten Wow 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 Ich darf sogar springen Aber ich komm hier leider nicht rüber Ich kann jetzt sehen, was da hinten ist Noch eine Leiter haben wir dann leider nicht Na gut Na gut Dann können wir uns verpieseln auf die andere Seite Falls wir wieder zurück dürfen hier rüber Falls wir wieder zurück dürfen hier rüber So, hier kommen wir rüber und dann müssen wir hier ums Eck Für die rechte Seite Renommierte russische Mathematiker Ivan Arsanov tritt Wadencliff bei Quellenberichte von Arbeiten am bislang unangekündigten Projekt Moskau erhebt Klage gegen Wadencliff Cool Sie legt ihre Hand drauf Dann komm ich jetzt rechts hoffentlich in den Scha- Hallo? Ist jemand da? Da ist der Security Switch Da ist der Security Switch Ich würde ganz gern in den anderen Schalter rein Der da hinten links drin ist Na Die Pflanze ist umgefallen Ich wäre jetzt sehr überrascht wenn ein Spiel wie das hier uns direkt was ins Gesicht hat Was? Ich komm in den Schalter nicht rein? Gentleman Was steht da drauf? Out of order, just the ladies room keep it clean Haha Dürfen wir in den ladies room? Auch nicht Okay Dann müssen wir wohl hier rein Oh Das ist ein Schlitz offen 142 Storage Oh haha Join him Join me You too can change the world Join me as the Tesla aboard the Helios today Hmm Die mögen ihn anscheinend nicht hier Was haben wir da? Ganz viele Zeitungen Harnisk Private Office Schade Aha Was ist das denn? Ich kann damit nichts machen Ein Symbol In ein Symbol Ich kann mich wundern, hier dürfen wir so nicht rein Ah ich kann mir einen Shortcut aufmachen Cool im prinzip könnte man diese schalter rätsel sehr schnell lösen so viele verschiedene möglichkeiten gibt es ja nicht aber ich suche mal trotzdem hier die lösung guard our secrets und we will guard you Geheimnisse nicht verraten so was haben wir hier denn Iceland has a kingdom third report fourth agent missing first report confirmed Edison agents seems like their rivalry is live and well die Beamten eine Routinesuche auf dem Shuttle durch weder der Gast noch die von Wardenclyffe ausgestellten Papiere und Kleidungsstücke konnten an Bord gefunden werden weitere Inspirationen des Schiffes zeigten eine deutliche aber harmlose Beule auf der Steuerbordseite des Shuttles es gibt keine Aufzeichnungen die belegen dass dieser Schaden bereits vor auslaufenden Sydney bestand dafür ist es möglich dass der Shuttle auf dem Weg zu Helios von einem anderen Schiff geändert wurde dies ist der elfte Vorfall dieser Art innerhalb des laufenden Jahres die Anfälligkeit unserer automatischen Shuttles muss dringend verbessert werden die ID Dokumentation und die Wardenclyffe Uniformen die uns so abhanden kommen könnten Edison genug Informationen liefern um überzeugende Fälschungen herzustellen ich warte noch die Zusicherung dass Maßnahmen ergriffen werden um das erneute auftreten solcher Vorfälle zu verhindern Security Officer de Rossi ok 100% sind hier Spione Ausweis Yang Kwan Choi Korea Seoul Laborforschen Spy Connections Die haben wir keinen Code British Navy in pursuit of the US British Marina auf Suche nach Helios angebliche Entführung Prominenten British Mathematikers hält Welt in Atem Haben wir das nicht? Ich hab die mal schon gelesen Wird auch Sinn machen dass nicht jede Zeitung da einmal da ist To be honest ok Dann Emma Hortz Private Office 146 Storage Room 146 Storage Room Was sie hier für ein Panik Zeug machen Ah ich sollte vielleicht mal überall hinter die Tafeln gucken Die Pflanze steht böse Ah ja hinter die Tafeln Da nicht Kann man da hoch Das schaut nicht so aus Bevor ich jetzt diesen Schalter für den Aufzug drücke Lass mich nochmal gucken Lass mich nochmal gucken Ich nicht wirklich da noch irgendwie reinkommen Das stelle ich mir sehr komisch vor dass da aber ein Dokument drin lag Von einer anderen Seite Schau nochmal ganz kurz Dann machen wir einen Abflug Da ist es so dunkel eventuell kommst du da gar nicht rein Sie lassen ihn aber hier zurückgehen Genau hier ist ein Dokument drin Hä? Oh Hrnot vielleicht hab ich mich einfach ein bissl verguckt Na gut Vielleicht finden wir hier noch was Das war mir so Was? Was war das? Ich hab hier doch schon alles erkundet wie es er macht hier der ist mit mir Boah ok Also schauen wir mal Im Prinzip müsste es so ja gehen mit den Kombinationen Ok so haben wir die auch schon woanders gesehen Ist das da? Tür zu wieder ok Ammanja Patel Ammanja Patel In Indien geboren Oder bereits Upsala Entschuldigung Bombay Profile armless Armlos Unter Verdacht Schläfer ergänzt zu sein Bestätigen Bestätigen Bestätigende oder entkräftigende Beweise finden Bestätigende oder entkräftigende Beweise finden Ok Na schön Dann Hoffe ich mal dass ich jetzt nicht auf den Sack krieg Das sollte es tun Jetzt zu finden Ada Wie haben sie denn Aufzüge in der Höhe der Stockwirkung wieder mit Ada sprechen zu können Hä? Fahrstuhl Keycard Oh Gott Ne ich glaube nicht dass ich hier irgendwo anders rein tun kann Ha! What the hell? Hey! Hey! Shit! Kapitel 2 Das Feuer des Prometheus Das Feuer des Prometheus Kapitel 2 Das Feuer des Prometheus zu finden Teslatorium Das hat schon echt Style hier Morton Clive Join him What the I repeat this is lead researcher Archer calling for any survivors on this frequency Is anyone Rose Ada Holy shit Rose Ada What the hell are you doing here Wait what Ada You told me to come I've got your letter right here That That doesn't make any sense I didn't write you any letter Rose But never mind There's been an accident Or sabotage It doesn't matter We need to get off this ship That's what the quarantine is about? Ada What the hell is going on? Rose Listen very carefully We really need to leave It's spreading all Ada Ada Oh come on Es breitet sich aus Okay Ah Es ist so ein Tesla Turm den haben wir gebaut hat Die nicht funktioniert haben Ich hoffe es gibt es nicht auf der anderen Treppe irgendwas Aber die congress Das hier fl结ibi werde ich gegen den cir이 Der der Leute Der zur Grenzen Dein Es gibt echt Die 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 Das macht schon was her. Der Helios. Press the button. I see. I'm for no awesome. I should have done this. There's no horror danger. I think I'm interesting. Well, right. I can't see anything, but I don't. If I go to the blinds, I won't find any collectible. Welcher Art von Knutjob bietet ein Museum für sich selbst in ihrem eigenen Haus? X-Ray Machine This machine makes the whole process much safer, though far less fun Tesla Power Sieht aus wie ein Pimmel Tesla Talk Was man nicht erwartet, war der Hunger der Menschheit Es ist Gluttonie für mehr und mehr Elektrizität Die Wettbewerbs-Transmission von Kraft Das ist das einfache Teil Findet den Kraft in der ersten Platz Jetzt ist das schreckliche Teil Ja Das was der gebaut hat zwar im Wesentlichen funktioniert Aber Hat absolut keine Reichweite Von dem was ich da Gelesen hab Das ist so eine große Vase Teslas Tower Zeigungsartikel über den Tesla Tower Beeindruckender Plan des großen Erfinders Millionen von Volt an Elektrizität aus den Niagarafällen durch die Luft zu schicken um es dann von Türmen aus drahtlos in Städtefabriken und Privatursatz zu leiten Ja, bei den Niagarafällen wäre das schon irgendwie sehr schlau, ne? Zeitung der Call Erdbebenmaschine bringt Stadtblock zum Einsturz Sieben Tote und zahlreiche Verletzte bei Gebäude einstürzen Missglück des Experiments verursacht Schäden im Lageviertel von Wadencliffe Wadencliffe verspricht Entschädigung und Wiederaufbau nach gescheiterem Test neuer Erfindungen Natürlich setzen sie es ausschließlich für Waffen ein Ok Schauen wir uns noch hier an Automatische Schiffe Schauen wir uns noch hier an Das ist zu sagen, du bist hier sicher, nicht wahr? So? Alles gut. Ja, das macht auf jeden Fall viel Sinn. Eine Brille. Der World. Wadenklüfte können Erfolg, Resonanz mit anderen Dimensionen. Nur Tesla weiß es funktioniert. Beginn ist Zeit, da das kostenlose Energie. Fest stößt Tesla gegen das Energieerhaltungsgesetz. Kostenlose Energie bedroht 1000 Arbeitsplätze im Energiebereich. Aufsteht, wer erwartet. Zieht es sich also Free Energy aus einer anderen Dimension? Oder wie läuft es? Anders könnte es nicht gehen. Not? Creepy Schiff. Full of scientists in the middle of the ocean. What could possibly go wrong? Schon, ne? Das ist großartig. Wow. Wowie. Das ist großartig. Da bekomme ich wirklich einen Harten dabei. Maskenball. Was ist das? Was ist das? Hallo? Wer ist das? Was 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 ist das? Ja, ich kann dich hören. Aber was ich hier machen? Wenn du nicht schreibt, wer hat das? Es ist in dein Handwriting und alles. Was ist das? 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 Sie ist aus der Zukunft? Ich habe da eine Frau hier. Hören Sie die Keycard aus dem Safe an der Wand. Wir werden definitiv keine Antworten kriegen. Hier ist eine Maske. Neues Collective er bald eingesammelt. Wer wird. Wer wird Tag? Die Gravur auf der Innenseite lautet. Wer wird Tag anonymität Maske. Rückgabe an Warengriff Mitarbeiter. Okay. Ich muss hier nichts mehr verstehen. nur das collectible biolabs maske biolabs anonymitätsmaske na gut wir schauen uns wieder gründlich um allerdings werden wir nicht so viel freiheit haben wie viele collectibles gibt es noch abteilung für sick maske werden definitiv nicht alle finden hier ist eine rohrpost hängt da noch irgendwas drin nein tech labs wahrscheinlich können wir die an mehreren orten finden stelle ich mir jetzt mal vor coole kronleuchter mhm das muss sicher sein jetzt müssen wir die kombination suchen so schwer dürfte es nicht sein wenn sie sagt es müsste irgendwo in der nähe sein schau mal was hier draufsteht achja 1 4 2 man wird immer weiter unter der savecard wenn du dich veränderst margaret hat zu kommen auf all der weg von der tech labs just reset der save mechanism last week mit 3 es last week mit 3 es she wasn't pleased don't mess up again 1 4 2 na gut 1 4 2 na gut 1 4 2 ja gut ich glaube ich dass sie gleich verfolgt werden doch glaube ich schon ich ich guck mal hier ist nur bevor ich das aufmache exercusami worden kluft verkündet er folgt das sind eins mit anderen dimensionen we had that already noch eine ne die haben wir schon gefunden ah so gut wie die verschwinden würden da ist noch was drin da komme ich ja weine drüber ein glas max schiffssicherheit max der hästen du hast nicht wirklich nur einmal hat die maske falsch geschrieben warte sie haben max drin wie kann man maske nur so falsch schreiben auf deutsch heilige scheiße was für eine firma haben die beauftragt Mathematikerin Elvira Senge als Teil der Wadencliff Corporation renommierte Forscher versammeln sich an Bord der Helios Durchbruch in der Dimensionsphysik Universitäten protestieren nach Abwerbung weiterer Wissenschaftlerinnen immer mehr nehmen sie an Bord da ist wieder so ein Zeichen guck mal was hat es damit auf sich warum können wir damit nicht interagieren müssen wir die zählen hier sind schon zwei im Spiel dachte ich oder jeden Kapitel eins wow wow schaut nicht so aus als ging sie noch weiter da ist dann der Aufzug drin auch wieder schön mit Blut im Treppenhaus ja ich bin sicher dass sie gleich verfolgt werden ich bekomme auch gerade wieder so ein flaues Gefühl im Magen ich spüre das so 142 war es äh äh was zum Fick oh no achso 1 2 3 verstehe ich schon ok 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 ich hasste sowas auch wenn es im Prinzip voll simpel ist verkack ich das jedes Mal 1 und 4 brauchen wir zusammen 1 und 4 brauchen wir zusammen und da rechts jetzt weiß ich es jetzt nicht ne ach scheiße andersrum bingo eine Keycard für den Elevator bingo bingo eine Keycard für den Elevator bingo ja mach mal einen Abflug der Grundleuchte fliegt bestimmt auch noch runter ok ich hoffe das funktioniert ok ich hoffe das funktioniert wahrscheinlich ist das Kapitel zu Ende ja Kapitel 3 Das Haus der Hestia ich würde sagen für die erste Folge mehr als genug First Impression Mal erstmal eine Pause sagt mir was euch gefallen hat in den Kommentaren ich finde es sehr atmosphärisch auch wenn noch nicht viel passiert ist ja die Atmosphäre hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen mal schauen wie horrorlastig es noch wird wurde erstmal angeteasert ein bisschen danke fürs Zuschauen vielleicht seid ihr bei der nächsten Folge dabei haut rein diri im gut ver